Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen weiteren Update-Video. Es geht eigentlich nur darum, dass ich bis auf weiteres meinen Upload-Plan etwas ändern werde. Wir werden jetzt zu einer Drei-Spiele-Rotation zurückkehren. Also zum einen Bart's Tale 2 läuft ja weiter, Shadowrun Returns läuft weiter und neu ist ja jetzt hinzugekommen Xenonauts. Und wir werden jetzt also, zumindest jetzt für die nächste Zeit, drei Let's Plays simultan haben. Der Upload-Plan, den habe ich auch in die Kanal-Info-Seite geschrieben. Und der sieht einfach so aus, Montag bleibt Ruhetag, wie bisher auch. Auch Shadowrun gibt es dann dienstags und freitags, Bart's Tale gibt es mittwochs und samstags und Xenonauts gibt es donnerstags und sonntags. Ja, das war es eigentlich schon. Mehr sollte gar nicht kommuniziert werden. Wir haben jetzt also wieder drei Spiele. Und denke mal, das werde ich auch eine Weile so beibehalten, jetzt zumindest erstmal, solange diese Let's Plays laufen. Und dann, falls ich daran in Zukunft was ändern sollte, werde ich halt wieder ein weiteres Update-Video machen, um euch darüber zu informieren. Ja, das war es von meiner Stelle. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.